Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Worum geht es auf diesem Kanal? Was bringt es dir ganz persönlich im Alltag, in der Praxis? Und was hat das alles mit deinem Fluss zu tun, mit deinem ganz persönlichen Flow? Das schauen wir uns jetzt an. Manchmal hat man das Gefühl, es ist alles so unstrukturiert, ohne festen Boden. Man weiß nicht, soll man links oder soll man rechts oder soll man geradeaus. Man braucht Orientierung, man braucht Halt. Oder man sieht den Wald wieder einmal vor lauter Bäumen nicht. Genau dann geht es darum, einen Durchblick zu schaffen, Klarheit zu schaffen. Stell dir vor, du bist 80 oder 90 und du sitzt auf einer Parkbank und du schaust auf dein Leben zurück. Was möchtest du gerne erreicht oder geschafft haben? Was möchtest du gerne erledigt haben in deinem Leben? Und stell dir vor, du würdest jetzt auf der Parkbank sitzen und du sagst, mein Leben war genial. Ich habe einfache, ganz natürliche Werkzeuge gefunden, um mein Leben positiv und fröhlich zu gestalten. Ich habe volle Energie und bin vital und freue mich jeden Tag neu aufs Leben. Alles, was ich brauche, kommt auf mich zu. Und ich tue mir richtig leicht bei den Dingen. Es geht um einfache und natürliche Werkzeuge, die du sofort in deinen Alltag integrieren kannst. Damit du die Ziele, die du erreichen möchtest, leichter erreichen kannst. Und Dinge, die dich belasten, leichter loslassen kannst. Es geht darum, dass du in deiner Energie, in deiner Kraft, authentisch und von innen heraus strahlen kannst. Damit es dir einfach gut geht. Und dazu entstehen ein bis zwei Videos pro Woche. Ich freue mich, wenn du als Abonnent dabei bist. Und wenn du magst, sagst gerne weiter. In dem Sinn, wir sehnen uns. Fiati. Servus. Fiati. 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 Vielen Dank.